Man ist natürlich am Anfang gerade aufgefangen wie ein munter Hund. Wenn ich in die Truppenküche kam, wurde quer durch die Küche Moslemkost gebrüllt und alles hat mich angestarrt. Das ist heute anders, das ist heute deutlich besser. Das steht nicht nur für Toleranz, sondern für Akzeptanz und Anerkennung der Vielfalt in unseren Streitkräften. Das ist etwas Wundervolles, weil es zeigt, dass die Bundeswehr ihrem Anspruch als Spiegelbild der deutschen Gesellschaft damit gerecht wird. Ich bin Deutsche Plus, also ich bin Deutsche, selbstverständlich, aber eben auch mehr. Ja, ich bin deutsche Soldatin des muslimischen Glaubens mit türkisch, kurdisch und arabischem Bewusstsein. Und all das gehört zu mir. Ich bin Lilia Süßen und für mich gehört Vielfalt zur Bundeswehr. Vielen Dank.